Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Heute bespielen wir das, ja, das sagenumogene Spiel Slender. Ich habe so viele Videos davon gesehen. Und was soll ich sagen? Ich habe mir übelst eingeschissen, als ich die Videos gesehen habe. In dem Spiel sind wir im Endeffekt eine kleine Person laufen durch den Wald. Und uns läuft jemand hinterher, beziehungsweise uns kommt jemand immer näher. Ich habe in meinem Zimmer alles komplett abgedunkelt. Es ist bullig warm. Und ja, ich würde sagen, haben wir mal unseren Spaß, oder? Ich kann leider keine Facecam anbieten, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das mache mit der Webcam. Ich hätte eine Webcam, ich würde das sogar machen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Falls ihr mir da Tipps geben könnt und falls ihr Bock habt, da noch mehr von zu sehen, dann könnt ihr das ja mal sagen. Ja, wir legen einfach mal los. Ja, wir müssen jetzt acht Seiten suchen. Wenn ich das richtig verstanden habe, acht oder sieben. Wir haben eine Taschenlampe. Wir sind in einem scheiß verdammt dunklen Wald. Achso, wir können ja auch rennen. Gucken wir doch mal, ob an dem Baum hier was ist. Aber das sieht nicht so so aus. Schöner Himmel. Und ja, oh Gott, oh Gott. Zum Glück ist die scheiß Musik noch nicht da. Das würde jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Ich will auch die Tassenlampe nicht komplett verbrauchen, weil man hat ja nur eine bestimmte Dauer davon. Also die Batterien gehen natürlich leer. Und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen wir nochmal zu dem Auto da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal bei der... Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh Gott. Hier haben wir also ein kleines Häuschen und ein Auto. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Klebt hier was dran? Nein, auch hier klebt nichts dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir laufen einfach mal ein Stück. Den guten Blender haben wir noch nicht getroffen. Oh, wenn ich mir vorstelle, dass ich mal wirklich hier so ein Wald wäre, Alter. Oh Gott. Was ist denn das hier? Schwimmbad, Alter, da hatte ich jetzt Bock drauf. Oh ne, das ist ein normales Häuschen. Was war das denn? Ist das doch... Ne, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir haben hier ein kleines Häuschen gefunden. Gucken wir doch mal rein, würde ich sagen. Normalerweise bin ich ja einer von den Menschen, die sagen... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Normalerweise bin ich ja einer von den Menschen, die sagen... Wenn man ein Haus hat, dann sollte man noch da drin bleiben. Und nicht wegen irgendwelchen komischen Geräuschen rauslaufen. Das sieht nicht aus wie Blut, sondern... Ah, ein Zettel. Oh, oh, oh. Oh nein, nicht die Musik, nicht die Musik. Scheiße. Oh, was habe ich getan? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so auf mich... Ja, so angsteinflößend wirken kann. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Diese Musik... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warum geht denn die scheiße Taschen da beruhigt? Ah, da. Oh Gott. Leave me alone. Ja, das wäre schön. Oh, weg hier. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Heimlich habe ich bestimmt das Mikro aus, oder? Ne, es ist alles super. Oh Gott. Oh Gott. Oh, 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 ne, das ist ein Baum. Ich weiß auch nicht, ob der mir hinterherläuft, oder ob der einfach irgendwo sporadisch spawnt. Sporadisch... Sporadisch spawnt. Was ist das denn hier für ein Krüppel, Krüppel? Ah, ah, lauf! Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein, Alter, wir gehen durch. Lauf. Lauf. Oh, das ist das. Den nehmen wir noch mit. Nimm. Lauf. Oh. 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 Lauf. Oh Gott. Oh. Oh. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, mir wird warm. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Lauf. Lauf. Was ist das denn? Oh Gott. Wo kommt das her? Lauf. 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 Einfach laufen. Lauf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ich niemals hochladen. Lauf. Oh Gott. Es ist mir warm. Oh Gott. Wirklich die Pumpe. Wirklich die Pumpe. Oh. Oh Zauber. Warum habe ich mich gedreht? Warum habe ich mich gedreht? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein. Da sind wieder diese Fässer. Oh mein Gott. Das kann ich niemals hochladen. Da mache ich mich jetzt im Volldepp. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Lauf. 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 Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Ich habe es ge... Ah. Nein. Rein da. Scheiße. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Wenn der jetzt kommt. Oh. Ist das hier eine... Sackgasse oder was? Jetzt scheiß dir mal nicht ein. Ein dämlicher Charakter. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre mir halt diese Idee, das Spiel zu spielen, Alter. Wenn ich jetzt hier rauslaufe, komme ich wieder zu dem Homo. Oh Gott. Kommt ihr überhaupt näher, immer wenn ich den zähle? Oh Gott. Oh, ich habe mir gesagt, ich will die Taschen aber nicht so lange benutzen, aber... Oh mein Gott. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh, das Spiel spiele ich nie wieder, Alter. Oh Gott. Ich stelle dir mal vor, ihr seid in so einem verschissenen Wald und da ist irgend so ein komischer Typ, Alter. Das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne nachts durch Wälder gehe. Gut, warum sollte man auch nachts durch Wälder gehen? Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, Mr. Slender, komm auf meine Party. Ne, lieber nicht, Alter. Oh, scheiße. Oh, vermiss ich bloß, du Hund. Lauf, 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 lauf. Lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss ich mal betrunken spielen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt ja außen was drin? Ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Der kann mir da jetzt auch nicht helfen. Was ist da ein Zaun? Oh nein. Nein, 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 was ist denn, was ist denn da? Ah, lauf, lauf, lauf doch, lauf, lauf. Ah, ah, ah. Lauf doch, lauf doch, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Oh. Oh, Gott. Hey, ich find keine von diesen Dreckszetteln. Keinen von diesen. Oh, leider deutsch. Oh, Gott. Ich geh hier nach Berlin erstmal duschen, Alter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was Stil hat der Typ? Ich glaub, der hat einen Anzug an. Kann das sein? Oh, lauf, 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 lauf. Wo ist denn der Homo? Wo ist denn der Homo? Wo ist denn der Homo? Ah, da fiel keinen. Wo ist denn der da sein? Lauf, 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 lauf. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Meine Eltern bringen mich um, Alter. Mit der Lautstärke. Oh, muss das denn hier so ein dichter Halt? Nein! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich kann nicht da laufen. Ich kann nicht da laufen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lauf. Lauf. Ich will gerade vor... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe mir gerade voll nach hinten geschossen und habe mein Headset weggeschossen. Oh, mein Gott. Ich bin schmissen. Oh, mein Gott. Oh, habe ich gerade mal gegen meinen Rechner getreten, Alter? Ja. Ja. Ich muss kurz was trinken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist ein Zettel. Da ist ein Zettel. Lauf, 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 lauf. Steht da drauf. Steht da drauf. Lauf, 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 lauf. Oh, bestimmt eine Frau, Alter, mit der ich hier laufe. So wie die atmet. Oh, mein Gott. Lauf doch. Was ist das denn? Ah, nein. Lauf, lauf. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Nein. No. Oh, die schwitze. Läuftig. Weiß. Wieso läuft der mir denn hinterher? Ah. Oh, scheiße. Wenn das Minecraft wäre, würde ich einfach alle Bäume abbauen und... Oh, mein Gott. Ah, jetzt ist der mir hinterher. Lauf. Warum kann ich nicht springen? Wo ist meine MP7? Läuft der mir hinterher? Ah. Der läuft hinterher. Der läuft hinterher. Was ist da? Da ist noch ein Haus. Nein, der ist schon wieder dieser... Oh, ich will mich gar nicht umdrehen. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Ist der holen oder was? Warum tötet der mich nicht, wenn der mich sieht? Hier war ich schon. Lauf, 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 lauf. Warum läuft die denn so langsam? Ja, dann ist grad schlecht. Alles schön, alles schön, ja. Ansonsten ziehe ich euch nachher. Oh, mein Gott. Oh, pff. Erstmal ist sie weg. Also nicht meine Mutter, sondern Slender. Ah, wo, wo, wo? Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Oh.